So, hier ist unser Zimmer. Wir sind jetzt eingezogen und wir richten uns jetzt ein bisschen ein und dann gehen wir in die Stadt. Wir sind heute Morgen um, ich weiß nicht, halb neun angekommen. Ist es jetzt halb drei, oder? Naja, ich schätze, es ist so zwei halb drei. Wir müssen das Zimmer bezogen und dann gehen wir mal ein bisschen hier draußen, gucken, was los ist. Wir müssen in den Supermarkt. Aber uns geht's gut. Wir haben zwei Betten. Wir haben ein Sechsbettzimmer gebucht. Das ist wirklich sehr geräumig. Ist auch sauber. Sieht ein bisschen nach Katzenpisse draußen. Aber die Chaos Ladies on Tour eingezogen. Direkt Chaos gemacht. Der nächste Ausflug. Es ist jetzt kurz nach rechts. Die Ausflug. Die Ausflug. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.